Nei Steckdosenbefruchter weiter geht's with friends of Russia letztes Mal haben wir die letzte Öffnung aufgemacht und jetzt kommen wir durch die Tür wenn wir an die Falle vorbeikommen yeah danke Boss hier ist der Fall ab jetzt das kennen wir auch noch oh mein Gott war es knapp heilige Scheiße Halleluja im Jesus im aber um ein hr m m m m m m m jetzt haben wir es gleich wir sind gleich da okay herauf los, geh, geh mit Gott wo denn? da sind wir los, 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 los okay so mal gucken die Zeit wird knapp, seid ihr bereit? ich habe nachgedacht, Kailina die Insel bietet euch wenig und sie wird euch noch weniger bieten, sobald ich vor eurer Gebieterin stehe kommt mit mir nach Babylon ihr könnt ein neues Leben beginnen, fern der Schrecken dieses Ortes es tut mir leid, mein Prinz, weil ich kann euer Angebot nicht annehmen ooooh wieso denn? ich gebe dir Sex, Geld und Rock'n'Roll verdammte Hacke eher funktionieren kann aber irgendwie habe ich so den Verdacht, sie ist die Prinzessin ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich so einen Verdacht, dass sie die Prinzessin ist dann weiß ich nicht wieso wir sehen sie eh gleich also die Herrscherin wo ist die Herrscherin? wo ist der Sand? ja ich wusste es was tut ihr? ihr habt uns in eine Falle geleitet es tut mir leid, aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden ja ich wusste es ich bat euch zu gehen, doch ihr kehrtet stets zurück dann begriff ich wenn ihr euer Schicksal ändern könnt, warum ich nicht auch das meine? kein gesperrt da what? die kannst du gut tele- da 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 ey die kannst du gut teleportieren ey, alter die ist voll stark alter die ist voll stark ja, komm mal her, komm mal her komm her gehst mir aus dem Weg nein, nein alter die ist voll stark man es braucht mehr als nur einen einfachen Wehrendereich um meine Verdammte verdammte Schlampe ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude ok, ich muss hier ausweichen das steht fest nein ja 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 oh, 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 oh ich bin gleich tot wenn es so weiter läuft, bin ich tot ich bin die Herrscherin der Zeit ich kenne jeden eurer Schritte bevor ihr ihn halt die Schnautsche du kennst gar nichts ho, ho, ho da komm ja, 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 das käme schon das, das käme schon so wow, 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 wow what? what the fuck? shut the fuck, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck, 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 fuck up ich hätte gern Wasser, hallo hallo das ist nicht fair hallo ein bisschen Wasser Sand hallo ja, Sand wenigstens etwas ich kriege ein Schwert her ich schaue mal auf etwas oder eine Axt, ist egal aber Wasser ist keins da alter, das ist ein Scherz ich bin doch tot was soll ich tun ich hab nicht damit gerechnet, dass sie so stark ist, also, ich hab mit allem gerechnet nur nicht mit dem der Nächte bitte ok ok, die gehen so wie die anderen drüber hupfen und draufhauen ok ja, ja, die gehen wie diese Vogeltypen ja, ja, genau ja, ja, ist gut so, und jetzt bin ich wieder dran zapp, zapp und weg bist du so komm runter von dein hohen Roster da gab er da gab er nein, 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 nein ja nein nein, nein, nein 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 oh, scheiße ja, ja, ja ja das werden wir noch sehen oh ok, sie hatte recht aber es liegt daran, dass ich nur eine AP parker habe, was soll ich tun? weg weg ganz schön weg ok jetzt nein, nein weg 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 ok jetzt nein weg weg und jetzt ok, es klappt ganz gut ich hatte gehofft, der Dahaka würde euch töten ihr würdet von Shade besiegt oder von den Türmen zerschmettert selbst das Schwert, das ich euch gab, hatte ich mit einem Fluch belegt doch ihr wolltet nicht sterben ja, weil ich stark bin cool, stark und wirklich wunderschön wie ihr bereits wisst, sah ich mein Schicksal voraus durch eure Hand zu sterben doch wie ihr beschloss ich es zu ändern ah ah nicht fair nicht fair boah ok, geschafft jetzt aus dem Mund nein ah nicht fair, ich hab kein Sand mehr oh ich brauch Sand ich brauch Sand ich brauch ganz dringend Sand ich will jetzt nicht den Kampf verlieren nicht ach scheiße das ist doch ein blöder Scherz, oder? was sagt mir das ist? Scherzes! David, dir ist gefallen nein ich sehe die Zukunft ah, ja siehst du ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude so ja nein au und ich hab keine Sand super richtig geil richtig geil alter ich hätte von Anfang an drauf achten sollte auszuweichen aber das habe ich ja nicht wissen können aber egal jetzt mache ich es aber ich wusste irgendwie, siehst du ja schon, ich hab's schon irgendwie gewusst irgendwie hat's mich ein bisschen es war ein bisschen merkwürdig irgendwie wusste ich, dass sie es ist auf irgendeine Art und Weise wusste ich es aha ein Artwork ein Artwork naja, ok, die Zähne ist schon fertig, also die kopflich nochmal, ich muss nur wieder rauf gehen wie sieht mein Leben aus voll gut dann kann man ja kämpfen und diesmal weiche ich aus Wollt ihr die Zähne sehen? Ich glaube nicht deswegen bitte ein mal ja, ja, ja ja, ja, ja 舉oke es braucht mehr als nur einen einfachen Schwertstreich um meine Aufersteuerung nein, 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 nein ah, fuck ich will jetzt schon wieder zurück spqua-n doch nicht dein Ernst So, nein, 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 nein. Never. Ich habe so lange überlebt gegen dich, mache ich nicht mit. Ach komm, ach komm, dann mache ich nicht mit. Ich habe sie einmal getroffen bisher, das ist doch ein blöder... Alter. Na toll, na toll, ja, ja, ja. Alter, was ist los, Mann? Ich weiche die ganze Zeit aus, freuen, und jetzt geht alles schief, oder was? Aber ich kann auch über sie drüber springen, das funktioniert bei ihr auch. Nein, 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 nein. Ja. Okay, ich kann auch über sie drüber springen, das ist gut, das ist sehr gut, da mach ich das lieber. Nein, uah. Nein. Ich bin tot? What the hell is that damn game, Mann? Streck gleich am Rad, Mann. Ich habe keinen Sand, ich habe kein Leben, und die macht dem Game, wie scheue ich, was soll ich machen? Oh, mir kommt eine Idee. Mir kommt eine Idee. Könnte noch. Es könnte für einen Moment richtig viel DMG für sie geben. Es könnte klappen. Es könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber versuchen kann man es. Besser ist gar nichts. Ich denke an Slow-Mode, um ehrlich zu sein. Und das versuche ich jetzt auch mal. So, lasst doch mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt muss ich die wieder anschauen. Oh nein, das ist doch nicht... So. Mal schauen, wie das Slow-Mode schmeckt. Entfern sie mich gut. Da kann sie sich Null wehren, Digga. Null. Slow-Mode kann man sich überprügeln. Jo, mit Slow-Mode klappt das ganz gut. Ja. Mit Slow-Mode klappt das ganz gut. Das ist leichter, als ich erwartet hatte. Ja, weil ich Slow-Mode mache. Au. Okay. Der Nächte, bitte. Ich brauche Sand. Ich töte nicht die jetzt. Ich hole mir mal wieder den Sand. Weil mit Slow-Mode geht die anderweitig schnell down. Okay, mach kaputt. Jawoll. Da hätten wir einen. Dich habe ich auch gleich down. Ach, hier ist er. Ah, halt. Hier. Oh, scheiße. Ich will Sand. Stopp. Halt. Du sollst dir nicht angreifen. Du sollst dir Sand holen. Sie fliegt ja da rum und schickt ihre komischen... Was auch immer das sein soll für Typen. Da. Hier gibt auch kein Sand. Das wird aus der drüben Sand sein. Bitte. Ja, geil. Nice. Drei Sand-Container. Damit habe ich drei Slow-Modes. So, komm her. Dicker. Und gib mir dein Schwert. So. Weil dann kann ich sie härter verprügeln als... Boah. Ah. Komm mal. Nein. Ever. Das ist eine Ehre für euch, durch mein Schwert zu sterben. Das sehe ich genauso. Und drüber. Ups. Wollte, dass ich drüber springe. Geht mir aus dem Weg. Und. Never. 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 Ever. Never. Never. Wo. 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 Nein. Ich versuche geil ausglichen. Und jetzt nämlich Slow-Mode. Fick dich. Halt schon mal. Leck mich. Oh ja, leck mich bitte. Ich bin echt schwer, dass der farb hat ihn mit einem Flug belehnt, doch ihr wolltet nicht sterben. Hm. Warum wünscht ihr meinen Tod? Wie ihr bereit wirst, der hier beschlebt ist. Durch eure Hand zu sterben. Wie ihr beschloss, ich es zu ändern. Hm. Oh, Mama! Oh, ma... Was wahr? Oh. Ich war noch nicht ready, Mann! Warum belästigt ihr mich? Weiter drauf draschen. Einfach draschen. Wo bleibt's hier? Nochmal slow mode. Weiter drauf draschen. Einfach rein draschen. Okay, sieh doch. Wow. Wow, 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 wow. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Down. Eba. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Da hast du vollkommen recht, Kumpel. Eba. Nicht zu springen, Digga. Das heißt, nur über ihn drüber. Eba. Maulen. Dann komm mal runter vor dein Hohn und raus wieder. Dann machen wir das letzte Slow-Mode. Au. Jetzt. Oh nein. Das ist nicht gut. Aber jetzt. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Down. Ich will euch nichts Böses, Kailina. Aber ich muss denen ein Ende setzen. Äh. Ihr seid ein Tor-Prinz. Was ihr auch versucht. Ihr werdet scheitern. So, wie ich es versuchte. Und... wie ich... scheiterte. Es tut mir leid, Kailina. Oh. What. The. Fuck. Ich muss in die Gegend. Zurück. Oha. Jetzt muss ich also in die Zeit zurückreisen. Hm. Ob das schon das Ende ist? Wer weiß. Rechnen kann ich schon mal. Das ist gut. Mal gucken. Trotz aller Prophezeiungen meines Scheiterns habe ich die Herrscherin besiegt und die Erschaffung des Sandes der Zeit verhindert. Der Dahaka ist bezwungen und mit ihm das Schicksal selbst. Hm. Es wird Zeit, diesen Felsen hinter mir zu lassen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. 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 Nein! Oh. Oh. Au. Au. Ach du Schande. Das ist nicht wahr. Wir haben ihn doch ausgelöscht. Das ist unmöglich. Eigentlich unmöglich. Wir haben ihn ausgelöscht. Löscht. Wir haben ihn doch ausgelöscht. Das ist unmöglich. Ja. Ganz toll. Da hinten steht da der Hake und schaut mir zu wie ich rumspringe. Also richtig prima. So, jetzt leckt mich der Hake. Aber wie ist es denn noch da? Wieso? Oh. Mir geht lachs oder der Sand aus. Ich sollte aufpassen. Da ist ein Schalter. Habe ich nicht gesehen. Nein. Scheiße. 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 Da darf man nicht failen. Wenn man einmal failt, ist es vorbei. Okay, jetzt. Weiter. Runter. Jawohl. Durch. Wie ist das? Ich sah die Herrscherin sterben. Der Sand wurde nie erschaffen. Es kann kein Langer gehen. Und doch verfolgt er mich. Was war mein Fehler? Ich war mein eigener Totengreifer. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her. Was? Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhe der Männer erfahren, die für den Maharadscher kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fandlten den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. What the hell? Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, um mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Oh oh. Dann aber schnell. Du hattest eine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. Ach du Scheiße. Also geht's doch noch weiter. Und ich wollte cutten. Darf ich nicht einmal in Ruhe cutten? er steht hinter mir anstatt vor mir lecker boss ich dachte ich musste springen ok also ich schaue ob ich noch speichelpunkt finde und bekomme wenn nicht dann werde ich jetzt kappen mal bescheid wirscht das können wir überspringen jetzt kommt er wieder zehn schnitt in kärle schon das brauchen wir nicht wir sind gleich wieder so dass immer wieder so lange gehen wir mal gleich geradeaus und ich hoffe ich muss man drauf und doch es war wenn ich doch was sehen würde dann wäre es aber ich sehe meist nichts wird er so das tut scheiß nicht an schnell möglich scheiße du siehst mich nicht ich bin nicht da du siehst mich nicht ich bin nicht da das ist wichtig die kiste schützt mich ich habe anscheinend viel zu lange braucht die kiste muss weg und dann bis gleich und auf ein neues ach halt wartet mal bevor ich jetzt hier so in der hake wieder entgegen renne kann man hier vielleicht ich hätte auf sand gehofft weil mit einem sand komme ich hier nicht wirklich weit das sieht man ja verdammte hacke verdammte hacke verdammte hacke verdammte hacke verdammte hacke der ist so schnell und ich nicht das ist echt uncool what the fuck okay let's go let's go let's go hier kaputt rüber sprung okay rolle weg 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 boah safe ach oder auch nicht was nun was nun bin ich jetzt wieder hier ich bin wieder da oder ich hoffe es kommt ein save point weil ich brauche einen ok da rauf ok verstehe ich bin wieder hier und hier gibt es ja kein save point jetzt hat sich das aber erhöht das heißt man kann jetzt hier rauf halt ich gehe mal die andere Seite entlang ok irgendwie klappt das nicht so wie ich jetzt wollte das ist fail wo dann wow wow oh ne das ist der einzigste weg der mir einfallen würde ok wir sind wieder da ja es ist definitiv wahr wir sind wieder oh hier war doch wieder was ich hab's nicht gesehen so ok wir sind auf jeden Fall auf die Plattform und es gibt ja eigentlich nur einen Weg und das ist der den ich gerade versucht hab aber ja keine Ahnung irgendwas mach ich falsch weil der will da nicht rüber klettern kann ich vielleicht irgendwie springen da kann man wohin da kann man dran oder auch nicht mein Gott das ist so sexy ja hier komme ich nicht weiter dann gucke ich mich doch nochmal um so wo muss ich weiter ich hätte gern safe point safe point ohne Speicherpunkt kann ich ja nicht aufhören das ist leicht für Handy ok also ich hab jetzt keine Ahnung als wäre hier irgendwie ein Bug echt ich bin grad selber sprachlos sprachlos da kann man hin da kann man hin da ist auch sowas hier nicht hier auch nicht ok vielleicht aber auch nur vielleicht nein das war's nicht ok das war auch nichts also ich hab echt keine Ahnung also hoch gehen will er nicht und rüber klettern will er genauso wenig ich weiß nicht was ich hier tun soll ganz im Ernst also ich renne nochmal dahinter der kam mir hier durch aha Och du Schande das ist ein schlechter Scherz das ist ein scheiß fucking schlechter Scherz verdammte Hurenkacke ja ja safe Stein bringt er nicht und das war mein letzter Satz das war mein nein wieso tust du das wieso in aller Welt springst du wieso so verdammter Scheiße du blöderwegs sprengt einfach ok ok wo bin ich ok ist wohl hier gesaved das ist schön das ist wunderschön heißt es jetzt ich muss den immerhin muss ich jetzt ein only rennen gegen den der Haka machen das ist ein Scherz ja ja das ist so witzig ich liebe diesen Scherz der ist so geil ich freu mich für den Scheißdrück verdammte Kacke jetzt muss ich die ganze Zeit ein rennen gegen den der Haka machen oder was ey und wenn der jetzt wieder runter springt dann cutte ich weil ich schnauze voller ja er springt runter so du gehst jetzt da hoch danke oh endlich er hat's geschafft so jetzt bitte nimm den nimm den Stein und zieh bitte danke also die Plattform erhöht sich pro Ding das ich reinhau so hat sich jetzt was neues getan also hier nicht da auch nicht kann ich vielleicht jetzt irgendwie da hoch sieht nicht danach aus ne sieht nicht danach aus gut gut wir sind wieder Todenschädel wunderschön muss ich jetzt nochmal gegen den der Haka rennen und diesmal schau ich auf die linke wahrscheinlich hundertprozentig ich muss jetzt hier wieder rein und dann kommt er wieder na komm wo ist er er kommt doch gleich wieder ach ich wusste es ah so klar es war so klar so fucking klar ich liebe dich der Haka ich liebe dich einfach vom ganzen fucking Herzen oh 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 jetzt wusste ich nicht was ich machen musste das wär um ein Haar in die Hose gegangen oh schnell oh oh nein schnell rauf oh Gott runter durch und wieder rauf toll äh äh da darf man nicht failen wenn man da fehlt es ist vorbei und ich hab kein Sand Mann das ist so gemein weißt du ich hab kein Sand es heißt ein fail ja toll so halt die Schnauze halt die halt die Schnauze halt die Schnauze halt die Schnauze halt die Schnauze halt die Fresse jetzt hat er bei mir nicht gesprungen jetzt ist er nicht gesprungen stell euch das vor er springt nicht er ist nicht gesprungen wenn ich jetzt nicht bald ein Schiffpunkt kriege doch sag mir jetzt nicht ich muss den ein Stein nochmal machen nein also er saved immer bei jedem Stein anschein das ist wenigstens ein positiver Gedanke nein danke so schnell 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 diesmal wissen wir ja was wir machen müssen so alle rüber dann hier unten drunter und dann ans Seil vom Seil weiter weiter ich hätte echt gern mal Sand gefunden aber ich krieg hier keinen wieso sollte ich auch ich mein Sand ist was für richtige Overbrows die die nicht op wir haben das nicht nötig aber ich hätte die nötig das ist das ist bitte bitte sag mir das ist fucking fucking shit ich musste auf die andere warte wieso ich gib mir doch ein verfickten Sand ich will doch nur resetten können und Leben habe ich auch keine ist mir mal so aufgefallen nebenbei erwähnt mein Leben ist genauso im Arsch wie mein Sand nämlich null Assing tot sein der Hake bringt mir zwar kein Leben was aber ist mir gerade mal so aufgefallen weil eigentlich ist es ja scheißegal weil ohne Sand bin ich sowieso geliefert so ich hoffe es läuft jetzt alles wieder prima ohne Fail bitte Dankeschön ohne Fail ohne Fail wie ihr mir immer zuschaut diese Wechsel schaut mir immer zu wie ich hier rumspringe und hat dann seinen Spaß daran wahrscheinlich so spring spring so jetzt Wandlauf hier drüben und an die Fahne los rüber runter schnell 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 oh oh Wandlauf ich seh's schon ich seh's von hier aus schon dass das Wandlauf ist das ist scheiße ey ich seh's 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 das war ein verkackter sprung so ein babysprung und du verkackst den junge du willst mich doch verarschen ich kann nicht mehr also wenn ich das jetzt verkackt habe ich kein bock mehr wirklich ich habe dann erstmal kein bock mehr ich das ist ja blöder witz gewesen also gesagt der beste witz der ich je gehört habe das funktioniert ja immer wieder nein bitte nicht bitte nicht erwischen der hake lasst sich zeit das freut mich das freut mich sprich sprich du wichser spring noch mal jetzt war es noch nein läuft doch nicht gegen die warte idiot wenn er gegen die säule scheiße das ist knapp das ist so knapp jetzt bin ich wieder da diesmal sprich daran oh gott sei dank und jetzt bitte nicht fehlen bitte tu mir den gefallen junge und bitte fehle nicht die sicht ist zwar scheiße aber bitte mit den perfekten gefallen und spring nirgends wo runter du wirst mich ärgern oder du wirst mich ärgern junge du willst du willst fehlend sagst mir komm sagst mir sagst mir du willst fehlend schreist in den kopf gleich ab ich hab's geschafft 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 oh gott sei dank oh mein fucking gott oh gott äh es ist ein Weltwunder Okay, wo ist der Weg? Es ist egal, wo ich hochgehe. Ich hoffe. Na, das sieht richtig aus. Verpackt. Geh auf. Oh ja, endlich. Endlich geschafft! Im Gottesnamen. Tja, verkackt. Safe! Danke. Okay, lieber Gott, danke für diesen Speicherpunkt. Also, ich bin euer Rico der Pingu, wir sind uns beim nächsten Mal wieder, spielt mit dem Pinguin, haut rein. Habe, servus. Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sag dir, 10.000. Perfect.